Bajowaren, Matze. Auf der Suche nach neuen Lebensräumen besiedelten ab dem 6. Jahrhundert die Bajowaren das heutige Salzburg. Ausgehend von frühen Zentren wie Regensburg breiteten sich die Vorfahren der Bayern in weiten Gebieten zwischen Donau und Alpen aus. Viele Ortsnamen verweisen bis heute durch die charakteristische Endsilbe ING auf ihren bajowarischen Ursprung. Die Gemeinde Matze ist in besonderer Weise mit den Bajowaren verbunden. Um 777 gründete der letzte bayerische Herzog aus dem Geschlecht der Agilolfinger, Tassilo III., das Stift Matze, als eines von mehreren bayerischen Klostergründungen. Im Zuge einer Landesausstellung, die an die Zugehörigkeit zu Bayern erinnerte, wurde in Matze ein für die Bajowaren typisches Gehöft rekonstruiert, das heute Einblicke in die Lebensweise der Bajowaren gibt.